hallo und herzlich willkommen bei mir heute im gespräch die liebe anna herbst und wir haben für unseren power frauen erfolgskongressen ganz spannendes interview aufgezeichnet und warum du dich jetzt anmelden soll das zum power frauen erfolgskongress und warum du ihr interview auf keinen fall verpassen solltest das erzählst du dir gleich selber ich danke dir von herzen dass du dieses wunderbare format hier ins leben gerufen hast ich habe vor zwei jahren aus kolumbien heraus während corona gegründet und ich kann dir wirklich nur sagen ich hätte mir damals gewünscht so ein online kongress wie deinen hier zur hand gehabt zu haben und wirklich alle infos mitzukriegen und wenn dich die themen reisen netzwerken freiheit unabhängigkeit interessieren dann bist du auf jeden fall in meinem interview richtig ich gebe dir konkrete handlungsanschritte handlungsanweisungen wie du aus deinem kontaktbuch wirklich eine ressourcenliste machen kannst wie du egal auf der welt unterwegs sein kannst kontakte knüpfen kannst und diese dann wiederum in ein business umwandelst und es gibt so viel zu diesem bereich zu erzählen das macht unfassbar viel spaß und ich kann dir wirklich nur ans herz legen wenn du eine frau bist die auch bock hat die auch vorankommen will dann sucht ihr mentoren die dich mit an die hand nehmen die dich auch ein bisschen mit auf die überholspur bringen und die vor allen dingen auch dieselbe vision wie du teilen und von daher ich freue mich wahnsinnig toll dich in dem interview dann auch zu sehen und nimm dir auf jeden fall die ressourcen liste zur hand kommen die umsetzung den umsatz komfort umsetzen und genau das ist ja unsere intention auch bei diesen power frauen erfolgskongress dass wir dich einfach in den erfolg bringen wollen deshalb melde ich kostenfrei noch an und ja vielleicht magst du dir auch das paket holen und dir die ganzen interviews sichern ich freue mich auf euch alle bis dann ciao